Du musst vielleicht gerade noch die Nebenniere dir einprägen mit Nebennierenmark, Nebennierenrinde. Dann bleib auf jeden Fall dran, denn in diesem Video geht es dieses Mal um das Nebennierenmark. Mit seinen Zellen, was die produzieren und so weiter. Das zweite Video zur Nebennierenrinde verlinke ich dir hier oben oder findest du in der Beschreibung. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Book Campus und wie gerade schon gesagt, in diesem Video geht es dieses Mal um das Nebennierenmark. Welche Zellen gibt es dort? Was produzieren die? Wie können wir uns das merken? Es gibt wieder eine kleine Merkgeschichte, Eselsbrücken, also los geht's. Im letzten Video zur Nebennierenrinde haben wir uns ja schon eingeprägt. Alles zur Rinde, also zur Nebennierenrinde, ist außen am Baum basiert. Jetzt haben wir das Nebennierenmark und das merken wir uns, das Mark vom Baum ist innen, also merken wir uns die Geschichte, alles zum Nebennierenmark im Baum im Mark. Welche Zellen findet man dort? Es sind eben die chromaffinen Zellen. Chrom klingt schon wie Chrom und du könntest dir für Affin, einen Affe vorstellen, einen verchromten Affen, der vielleicht glänzt und ganz edel aussieht und in dem Baum sitzt und vielleicht Töne von sich gibt oder im Mark innen herumklopft und du hörst da irgendwas und Affenschrei. Also chromaffine Zellen im Nebennierenmark. Welche zwei Typen an Zellen gibt es? Es sind zum einen die A-Zellen und die N-Zellen. Die A-Zellen kannst du dir damit merken, A sieht von der Form, so ein großes A wie ein Zelt aus und dieser Affe zeltet vielleicht in diesem Nebennierenmark, in diesem Baum. A klingt schon wie Adrenalin, so kannst du es dir schon merken und herleiten oder vielleicht stellst du dir vor, wie dieser Affe voller Adrenalin ist und in sein Zelt geht. Also A-Zellen, Adrenalin. Der zweite Typ von Zellen sind die N-Zellen. N vielleicht wie Niere, in dem Kontext passt das ja ganz gut. Vielleicht hat der Affe noch Nierenschmerzen, weil, oh no, da ist ein Rad drüber gefahren. No, Rad, no, Adrenalin. Klingt so ähnlich. No, Rad, no, Adrenalin. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Du kannst es dir aber auch einfach so merken, wenn das für dich ausreicht, dass du dann da wieder drauf kommst. N wie, no, Adrenalin. Dann ist noch wichtig zu wissen, dass 80% eben A-Zellen sind und 20% N-Zellen. Wie kannst du dir das merken? Du könntest dir vielleicht vorstellen, wie das Zelt viel, viel, viel größer ist als die kleine Niere von dem Affen. Und so weißt du, okay, das große Zelt ist schon mal viel, viel größer, als es eben, ja, an N-Zellen gibt. Falls du die konkrete Zahl dir einbringen möchtest, könntest du dir noch vorstellen, 8 ist nach unserem Zahlbildsystem immer die Achterbahn. Und ja, die 0 ist ein Ei, ist von der Form so ähnlich geformt. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, die A-Zellen war ja unser Zelt, wie in diesem Zelt eine Achterbahn herumfährt und du oder die Leute aus der Achterbahn vielleicht mit rohen Eiern um sich schmeißen. Also Achterbahn für 8 und die rohen Eier für 0, also 80. Die restlichen Prozent, wann sie erschließen sich dann, müssen dann eben die N-Zellen sein. Du musst dir natürlich die Sachen nicht mit Bildern einprägen, wenn du es dir schon so merken kannst. Ich habe es jetzt sehr detailliert gemacht, sehr ausführlich. Du kannst dir vielleicht manches einfach auch so herleiten, aber ich wollte es jetzt ja explizit dir einfach mal zeigen, wie man sich auch so Details ja einbringen kann. Ich sage immer, du brauchst natürlich nur Lerntechniken, wenn du die Sachen dir nicht schon so herleiten kannst oder dir so merken kannst. Aber ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen helfen. Schau dir jetzt gerne auch noch das erste Video an zur Nebennären Rinde. Dort habe ich auch die einzelnen Schichten und Zuordnungen, was dort wo produziert wird. Ja, die auch Eselsbrücken, Merkhilfen mit auf den Weg gehen. Schau dir auf jeden Fall auch gerne dieses Video an. Ansonsten hoffe ich, du hast jetzt die wichtigsten Facts zum Nebennären Mark und zur Nebennären Rinde dir eingeprägt. Schreib es gerne in die Kommentare, wenn du noch weitere Themenwünsche hast, zu denen ich einen Gedächtnispalast oder mehr Geschichten Eselsbrücken mir überlegen soll, dann setze ich das, soweit es mir möglich ist, gerne um. Ansonsten abonniere unseren Kanal, lass gerne Daumen nach oben da, aktiviere auch das Glöckchen, dann verpasst du kein Video mehr. Und in diesem Sinne viel Spaß und Erfolg beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.